Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, dieses Mal geht es um Linux-kompatible Hardware, wie ihr die findet und wie ihr die anschließend kauft, wenn ihr alles gut abgewogen habt oder euch auch dagegen entscheidet. Ja, Weihnachten steht ja ungefähr vor der Tür, wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber auch nicht mehr allzu lange und da geht es ja auch viel um Geschenke. Von daher für einen Linux-Freund wäre natürlich Linux-freundliche oder Linux-kompatible Hardware ein tolles Geschenk oder auch für euch selbst. Von daher ist das Ganze jetzt so ein bisschen weihnachtlich angehaucht, darum auch diese wunderbare Mütze mit dem Geweih hier. Und dann habe ich mir mal überlegt, wie ich jetzt Hardware aussuche, damit sie auch unter Linux läuft. Dann habe ich mich quasi von außen mal so ein bisschen beobachtet und das mitgeschrieben, wie ich das so mache, damit ich nachher relativ wahrscheinlich Hardware habe, die auch wirklich perfekt unter Linux läuft oder jedenfalls das nachher kann, was ich erwarte. Und ja, daran lasse ich euch jetzt mal teilhaben. Ich habe das Ganze mal so genannt, das ist meine Wunschliste, also was will ich überhaupt davon? Also ich kaufe jetzt nicht irgendein Gerät, weil ich denke, oh toll, irgendein Drucker ist mir doch total egal, was das Ding kann und sonst was. Oder ein Laptop-Border ist ja, keine Ahnung, da hat meine Lieblingsfarbe, der glänzt wunderbar oder also für mich zählen halt die inneren Werte. Und weil ich auch normalerweise einen Anwendungsfall für ein neues Gerät habe, habe ich so einen Anforderungskatalog, den ich diesmal einfach Wunschliste genannt habe. In einem anderen Video hatte ich euch meine Multimedia-Plattform vorgestellt, unter dem Video meine Multimedia-Plattform, Linux, MINT21 und TDE. Da geht es auch um das Betriebssystem, die Distribution und den Desktop. Und das ist quasi die Hardware, mit der ich relativ viele Aufnahmen in letzter Zeit gemacht habe. Ja, also meine Wunschliste, was ich überhaupt möchte, ist, es soll ein Laptop sein, so allgemein, so banal irgendwie. Dann, ich möchte ein mattes Display haben. Zum Glück gibt es heutzutage quasi jedes Gerät als matt. Es gibt, also die Kategorie mit den glänzenden Displays ist zum Glück wieder im Aussterben, finde ich gut. Und was ich auch noch möchte, ich möchte eine Nvidia-Grafikkarte haben, um 3D-Spiele damit zu spielen, weil das Ding NV eng kann und CUDA für KI-Berechnungen, für neuronale Netzwerke. Ja, das lässt sich dadurch beschleunigen, also von daher möchte ich eine Nvidia-Grafikkarte drin haben, obwohl mir normalerweise Marken nicht wirklich wichtig sind. Aber in diesem Fall habe ich da Eigenschaften drin, die ich doch ganz gerne hätte. Dann ein weiterer Punkt für mich ist, ich möchte gerne in diesem Notebook, in diesem Laptop, einen zusätzlichen freien Platz zum Einbau einer 2,5 Zoll SSD haben. Die hatte ich noch rumliegen, möchte ich weiter verbrauchen und das Gerät soll mindestens 16 GB RAM haben, mindestens 512 GB Festplatte. Ich möchte einen SD-Kartenleser in normaler Größe, also nicht diese Mikro-Dinger, denn in vielen Geräten habe ich ganz normale SD-Karten. In irgendwelchen Kameras haben die eine normale Größe und wenn in dem Laptop bloß dieser Mikro-Kartenleser drin ist, ist das für mich eigentlich komplett wertlos. Da schleppe ich also wieder eine zusätzliche Komponente drin, die ein USB-Port verbraucht, wenn ich es benutzen möchte, für mich totaler Schwachsinn. Ich kann Konverter nehmen, um so eine Mikro-SD-Karte auf normaler Größe hochzublasen, aber umgekehrt geht es halt nicht. Von daher, ich möchte einen in normaler Größe. Genauso wie ich eine Netzwerkbuchse haben möchte, bei vielen Laptops wird es einfach weggespart. Da habe ich dann meinen nächsten Dongle, den ich über USB anbinde, damit ich da eine Netzwerkdose habe. Warum? Keine Ahnung. Kostengründe oder damit das Ding super flach ist. Was ich eigentlich auch einen Trend finde, der irgendwie auch keinen Sinn macht aus meinen Augen. In der Dicke habe ich eigentlich Platz in meinem Rucksack oder in der Tasche. Aber in der Breite und Höhe, da kann es knapp werden im Rucksack. Aber in der Dicke? Keine Ahnung. Lieber zwei Millimeter mehr, normale Netzwerkbuchse. Keine Klappmechanik. Das sieht immer so fitzelig aus. Mir ist so eine Klappbuchse zwar noch nicht unter den Fingern weggebröselt, aber irgendwie macht das immer so einen wackeligen Eindruck. Von daher hätte ich lieber gerne immer eine normale Netzwerkbuchse. Die sieht robust aus und ja, die will ich halt haben. Dann, ich möchte kein Windows mit dabei haben. Ich will das nicht bezahlen. Ich will mich damit nicht rumärgern. Von daher soll das ein System sein, was ohne Betriebssystem ausgeliefert wird. Manchmal ist da ein FreeDOS drauf oder irgendeine komische Linux-Distribution, die bloß hochfährt und damit kann ich nichts machen. Das geben sie mit dazu. Ich meine, das hat in Deutschland irgendwelche historischen Gründe, dass Rechner immer mit Betriebssystemen ausgeliefert werden müssen. Wegen Steuern oder so? Keine Ahnung. Meine ich mich grob zu erinnern, aber guckt das lieber nochmal nach, warum das so ist. Ich meine, es sind historische Gründe. Nachdem ich meinen Wunschzettel geschrieben habe, mache ich so eine Marktübersicht. Was gibt es überhaupt aktuell an Geräten? Ich kaufe relativ selten Hardware. Von daher gehen viele Trends an mir auch vorbei, was es da jetzt gibt. Und ob jetzt die CPU in dem Benchmark jetzt einen Tick schneller ist oder in dem anderen oder keine Ahnung, was es da immer so gibt. Ja, das beobachte ich nicht. Also von daher, ich habe da keinen Überblick, was jetzt so die Trends sind. Und von daher nehme ich eine Suchmaschine, die darauf spezialisiert ist, um Hardware zu finden. Also bei Heise, dem Preisvergleich, kann ich zum Beispiel angeben, wie viel RAM möchte ich haben, was für eine Grafikkarte möchte ich haben, Displaygrößen für Notebooks und so weiter und so fort. Und dann spuckt mir das hinterher so eine Liste aus mit Produkten, die zu meiner Wunschliste passen. Ja, Notebooks billiger, man kann dort Sachen halt kaufen. Das ist jetzt keine Kaufempfehlung, dass ihr es da kauft oder so. Aber man kann dort auch Kategorien angeben. Also eben auch diese Einstellungen machen mit, ich möchte RAM-Größe und SSD sonst was pipapo machen. Und dann spuckt es einem so eine Liste so grob aus. Die ist zwar nicht so feingranular einzustellen wie unter dem Preisvergleich hier, aber man kann mit schon mal grob filtern, was gibt es gerade so auf dem Markt. Also ihr müsst es dort nicht kaufen, aber es hilft euch beim Vorsortieren. Nachdem ich jetzt so eine Liste habe mit so ein paar Geräten, gucke ich mir die so ein bisschen genauer an, ob die wirklich dazu passen, was ich haben möchte. Denn Beschreibungen von Geräten, die müssen nicht unbedingt richtig sein. Bei diesen Suchmaschinen kann mal was falsch gerutscht sein. Das ist mir auch aufgefallen, dass irgendwelche RAM-Größen irgendwie abweichern oder irgendwelche Sachen so überhaupt nicht passen. Also von daher guckt lieber nochmal nach, ob das auch stimmt, was euch diese Suchmaschinen vorwerfen. Ob das Dinge sind, die euch interessieren. Also wenn ihr jetzt hier 16 GB RAM haben wollt und ihr kriegt nachher bloß 16 MB, das kriegt ihr natürlich nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also dass jemand einfach diese Information von dem Hersteller in so eine Preissuchmaschine falsch übernommen hat, das kann mal passieren. Und von daher lieber hinterher nochmal überprüfen, ob das wirklich alles so zusammenpasst und ob das, was die Suchmaschine ausgespuckt hat, auch wirklich meine Kriterien erfüllt. Also manchmal werden solche Werte auch ignoriert, dass die einfach trotzdem aufgelistet werden in der Liste mit Geräten, aber denn nicht zu dem passen, was ich eigentlich will. Also aufpassen. Dann schaue ich mir natürlich auch noch allgemeine Bewertungen dazu an. Bei diesen beiden Suchmaschinen, da gibt es manchmal Bewertungen von Leuten, die das Gerät schon gekauft haben. Also die haben das schon mal in der Hand gehabt und da kann man halt gucken, ob da irgendwelche Sachen schon bei sind, wo man sich denkt, oha, die Netzwerkbuchse fällt auseinander oder die Tastatur verliert Tasten oder so irgendwas. Das kommt zum Glück nicht mehr so häufig vor. Aber es gibt manchmal wirklich Produkte, wo es solche Sollbruchstellen gibt oder wo es einfach schlecht designt ist oder scharfe Kanten oder was weiß ich. Also guckt euch diese Bewertungen auf jeden Fall mal an. Das hat jetzt mit dem Betriebssystem, was ihr drauf installiert, erstmal nichts zu tun. Also es gibt auch Sachen, wo Windows-Benutzer dann berichten, ja dieses und jenes klemmt dabei. Das kann euch als Linux-Anwender relativ Banane sein. Aber viele von diesen Bewertungen, die darüber hinausgehen von, ja super Gerät, gerne wieder, diese Dinger gibt es ja immer. Aber wo so ein bisschen Informationen drin sind, da solltet ihr mal reingucken. Wichtiger Punkt für mich ist auch, ob die USB-Buchsen an dem Gerät sinnvoll angeordnet sind, ob es die auch in einer Menge gibt, sodass ich normalerweise damit arbeiten kann, ohne schon wieder ein USB-Hub da anstöpseln zu müssen. Das erspart Kabelsalat, das erspart, ja das Füllen von meiner Tasche, meiner Laptop-Tasche mit zusätzlichen Geräten. Also ich will eine gewisse Anzahl von USB-Buchsen da einfach drin haben. Ihr müsst natürlich wissen, ob ihr das braucht oder nicht. Ja, von daher, das müsst ihr wissen, wie ihr es gerne haben wollt. Genauso ist es mit dem Tastatur-Layout. Und einige Hersteller machen Tastaturen irgendwie so ein bisschen anders als andere. Aufgefallen ist mir, dass bei HP, da werden Tasten einfach, aus meiner Sicht, ziemlich willkürlich irgendwo anders hinsortiert. Sodass sie, wenn ich blind tippe, dass ich da falsche Buchstaben oder sonst irgendwas drin habe, dann muss ich erstmal gucken, ach, das liegt ja komplett woanders, wo es nach meiner Meinung überhaupt nicht hingehört. Von daher, guckt euch auch Bilder an von den Geräten. Ob das eine Tastatur ist, mit der ihr vertraut seid oder wenn euch das quasi egal ist, dann ist euch das egal. Dann guckt ihr halt auf die Tastatur hin und tippt nicht blind, sondern eben nach, ja, Dachsicht. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Bei diesen Produktbildern, da fallen mir manchmal Dinge auf, wo ich mir denke, ach, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Das könnte irgendwas sein, was ich nachher überhaupt nicht haben will. Also es gibt so Oberflächen, die ich nicht haben möchte. Also irgendwie alles, was glänzt, will ich nicht haben. Das ist für mich eher so ein Grund, das Produkt nicht zu kaufen. Oder was ich auch bei dem Laptop gesehen habe, den ich letztendlich gekauft habe für diesen Zweck. Der hat zwar eine matte Oberfläche, aber ich sehe wirklich jeden Fingerabdruck drauf. Also das sieht erst mal gut aus. Wenn ich das Gerät super poliere mit einem Staubtuch, dann sieht es matt aus, ist super. Aber sobald ich einmal mit den Fingern drankomme, sehe ich, wo ich mit den Fingern drangekommen bin. Also ich habe keine Ahnung, warum macht man sowas? Also Tastaturen und Gehäuse sind doch dafür da, dass man sie auch berührt. Und das will ich einfach nicht sehen. Naja. Ja, nächste Frage. Wie ist das Produkt preislich im Vergleich zu ähnlichen Produkten? Da kommt es natürlich wieder sehr speziell darauf an, was ihr haben wollt. Und wenn ihr jetzt eine spezielle CPU haben wollt, weil die in irgendeinem tollen Benchmark besonders toll ist, dann braucht ihr die vielleicht wirklich. Wenn es eher so ist wie bei mir, wo ich immer denke, naja, für die Anwendungszwecke, die ich habe, da kommt es nicht so genau drauf an. Dann kann ich auch andere CPUs nehmen. Dann habe ich eine viel größere Bandbreite an Produkten, die ich nachher kaufen kann. Und da kann ich denen auch was günstigeres nehmen, weil es für meine Anwendungszwecke einfach nicht so wichtig ist, dass ich das exakte Produkt XY habe, sondern irgendwas anderes. Was mir auch teilweise negativ aufgefallen ist bei meinen Recherchen zu Produkten, sind sogenannte Cashbacks. Ich zahle dann an den Händler den vollen Preis und dann kann ich mir über irgendeine Mechanik von dem Hersteller des Gerätes irgendwie so ein bisschen Geld zurückholen. Dann muss ich mich da registrieren und kann hoffen, dass ich dieses Geld irgendwann überwiesen kriege. In der CT gibt es ja diese wunderbare Kategorie Achtung Kunde und eine der neueren Folgen, da ging es darum, dass dieses Cashback halt nach Monaten immer noch nicht zurück überwiesen wurde. Also als Kunde hatte jemand denn den vollen Betrag für ein Gerät bezahlt und hatte darauf vertraut, dass er möglichst schnell dieses Geld wieder zurückkriegt. Und er hat ewig darauf warten müssen und wenn da die CT nicht eingeschritten wäre, würde er wahrscheinlich immer noch darauf warten. Also so einen Firlefanz möchte ich nicht haben. Also ich möchte den Preis für das Produkt zahlen und nicht hinter irgendwelchen Cashbacks oder sonst was hinterherlaufen. Ich kann ja schon verstehen, dass die Hersteller Kunden irgendwie binden wollen, dass sie da ein paar Daten absammeln wollen. Kann ich verstehen, aber aus Kundensicht finde ich das einfach bloß blöd. Ihr habt den Ärger hinterher, ihr habt irgendwo nochmal Daten abgekippt und es ist einfach bloß nervig. Also diese Cashback-Sachen würde ich die Finger von lassen. Muss nicht sein. Ja, dann haben wir noch hier Garantie-Zeitraum. Normalerweise habt ihr zwei Jahre Garantie. Das Blöde dabei ist allerdings, dass bloß das erste halbe Jahr davon ausgegangen wird, dass bereits ein Produktionsfehler vorgelegen hat. Also im ersten halben Jahr muss euch der Hersteller beweisen, dass sein Produkt fehlerfrei war, als es produziert wurde. Und danach müsst ihr rein rechtlich gesehen eigentlich nachweisen, dass der Hersteller einen Produktfehler da begangen hat. Das ist natürlich irgendwie total blöde, dass diesen Beweis könnt ihr nicht erbringen. Den könnt ihr mit euren finanziellen Mitteln eigentlich nicht erbringen, sodass sich das nicht lohnt. Von daher ist es gut, wenn der Hersteller beziehungsweise der Händler, das ist ja euer direkter Ansprechpartner in dem Fall, eine verlängerte Garantie ja erstmal zu dem Produkt gibt und dass der auch in der Vergangenheit mit so Garantiefällen, ja sagen wir mehr oder weniger kulant umgegangen ist. Da könnt ihr bei den Kritiken zu dem jeweiligen Händler nachgucken, wie der sich so verhalten hat. In der Vergangenheit, es gibt einige, die da sehr entspannt mit drin sind. Die würde ich halt bevorzugen, weil ich einfach keine Lust habe auf irgendwelchen Stress. Wenn da irgendwas mit dem Gerät ist, möchte ich sagen, hier, das und das ist damit. Ich möchte jetzt gerne ein neues Gerät haben und nicht großartig rumdiskutieren oder mit Anwalt drohen oder sonst irgendwas. Ich möchte das entspannt haben und da gebe ich lieber ein bisschen mehr aus für einen guten Händler als einen, der überhaupt keine Lust auf sowas hat, der einfach bloß verkauft und dem der Rest eigentlich scheißegal ist. Da könnt ihr in den Bewertungen zu den Händlern eine Menge drin finden, was wirklich ziemlich gruselig ist, so wie man mit Kunden überhaupt nicht umgehen sollte. Und das ist in einigen Bewertungen ziemlich hart auch beschrieben, wie das so ist. Ich denke mal, da ist der überwiegende Teil auch authentisch. Es gibt natürlich Bewertungen, die gekauft werden, sowohl positive Bewertungen, die gekauft werden, als auch negative Bewertungen, die vielleicht von Konkurrenten gekauft werden. Aber da kann man grob gucken, wie ist denn das? Wie tickt so ein Händler und möchte ich mich mit dem überhaupt abgeben und möchte ich dem mein Geld geben? Ja, aber müsst ihr wissen. Nach den eher ziemlich allgemein gehaltenen Tipps zum Kauf von Geräten zu dem eher Linux-spezifischen Teil. Ja, es geht sehr stark um Erfahrung. Ist diese Hardware überhaupt Linux-kompatibel? Normalerweise ist es ja so, dass ihr keine Hardware kauft, die quasi direkt ganz brandneu vom Band gefallen ist oder die erst mal geheim gehalten wird, die überhaupt niemand kennt und dann so aufploppt, tata, super tolles neues Produkt jetzt kaufen. Das würde ich eher nicht machen. Ich würde halt bekannte Hardware nehmen. Also von Herstellern, die man schon so ein bisschen aus der Vergangenheit vielleicht kennt, die andere Leute kennen und zu denen es üblicherweise Erfahrungswerte von anderen Käufern gibt. Da befragt ihr einfach mal eine oder zwei Suchmaschinen, denen ihr vertraut. Das muss jetzt nicht Google sein. Es gibt auch andere Suchmaschinen wie hier DuckDuckGo, Startpage, Ecosia und Co. Also es gibt viele andere, wo ihr nicht unbedingt mit euren Daten so stark bezahlt wie bei Google. Die spucken euch, wenn ihr den Hersteller von eurem Gerät eingebt und die komplette Bezeichnung von dem Notebook in meinem Fall oder was auch immer von der Hardware ihr kaufen möchtet. Das gebt ihr einfach mal beides ein. Da könnt ihr schon mal gucken, ob es generelle Probleme gibt. Das hat jetzt auch erstmal wiederum nichts mit Linux zu tun. Dabei kann es sich um Probleme bei der Verarbeitungsqualität handeln. So Klassiker wie bei den Notebooks, dass die Scharniere irgendwann spröde werden oder ausbrechen. Ist mir zum Glück noch nicht vorgekommen, aber sowas soll es gegeben haben. Vielleicht gibt es das immer noch. Oder irgendwelche anderen Sachen, die einfach qualitativ schlecht gemacht sind. Oder dass sich eine Metallfolie vom Touchpad intern löst, sodass dieses Touchpad nicht mehr richtig klickt. Habe ich gehabt, habe ich reparieren können, nachdem ich herausgefunden habe, woran es denn wirklich liegt. All solche Qualitätsprobleme kann es halt immer noch geben. Dann sowas wie Bootprobleme. Das habe ich gehabt bei meinem Ryzen-Rechner hier. Das hat mehrere Updates bei dem BIOS gegeben, bis dieses Gerät bei jedem Anschalten auch wirklich zum Starten vom Betriebssystem gekommen ist. Das ist kein Linux-Problem gewesen. Dieses BIOS, das fuhr überhaupt nicht hoch. Also ich habe den Rechner angebracht und der Bildschirm blieb einfach schwarz. Also da kam gar nichts. Das muss ich wieder ausmachen, wieder anmachen. Und beim dritten Mal hat es eigentlich immer zuverlässig geklappt. Mit Glück beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal war es relativ wahrscheinlich. Aber beim dritten Mal hat es wirklich funktioniert. Anderes Problem, was ich immer noch mit dem Gerät habe, der mag meinen Hauptmonitor nicht. Der bleibt im BIOS einfach schwarz. Da brauche ich, wenn ich im BIOS rumfummeln möchte, einen anderen Monitor für. Ansonsten geht das nicht. Also solche Probleme, die gibt es immer noch. Das sind generelle Probleme, die nichts mit Linux zu tun haben. Und die findet ihr, wenn das Gerät so ein bisschen bekannter ist, normalerweise über eine Websuche heraus. Also Hersteller plus komplette Bezeichnung von diesem Gerät. Einfach mal eingeben, mal gucken. Dann als nächstes ergänzt ihr diese Suche um den Begriff Linux. Da findet ihr sehr viele oder sagen wir mal normalerweise relativ viele Erfahrungsberichte von Linux-Benutzern, von verschiedenen Distributionen, ob sie da irgendwelche Probleme mit gehabt haben. Dann, wenn ihr eine spezielle Distribution bevorzugt, wenn das jetzt Debian sein sollte, Linux, Mint, Gen2, Arch oder was es auch alles gibt, dann könnt ihr diese Suche nochmal um den Namen eurer bevorzugten Distribution erweitern. Also vielleicht auch Linux weglassen, nur den Namen der Distribution mit dazu packen zu dem Hersteller unter kompletten Bezeichnung von dem Gerät. Und dann habt ihr meistens Berichte zu eurer Distribution, wie das Gerät sich dort geschlagen hat. Dabei ist es natürlich erst mal praktischer, dass ihr eine Distribution nehmt, die ein bisschen bekannter ist. Wenn ihr jetzt Linux, Mint und Ubuntu, Debian nehmt, dann werdet ihr wahrscheinlich was finden. Wenn ihr eine Distribution habt wie Arch, die ist die Basis für andere Distributionen, wie Manjaro und viele weitere. Und da gibt es auch relativ exotische, also wenig benutzte Distributionen für Spezialzwecke, dass ihr quasi die Mutterdistribution nehmt. Also wenn ihr jetzt eine hochgradig spezielle von ganz wenigen Benutzern überhaupt verwendete Distributionen habt, die auf Arch basiert, dann guckt auch nochmal nach Arch. Oder wenn ihr ein Ubuntu irgendwas Fork habt, den ihr ganz toll findet, dann guckt auch nach Ubuntu in der Suche nochmal nach, ob es dazu irgendwelche Berichte gibt. Wichtig dabei ist auch, dass ihr auf das Datum von diesen Einträgen im Internet, in irgendwelchen Foren oder Webseiten guckt. Denn diese Meldungen über Kompatibilitätsprobleme, die können auch schon wieder veraltet sein. Die Entwicklung von dem Linux-Kernel und weiterer Komponenten geht relativ schnell. Von daher können ältere Meldungen zu Kompatibilitätsproblemen auch schon wieder komplett veraltet sein. Damit neuere Körnel in eurer Distribution auch drin sind, kommt es wieder darauf an, was ihr habt. Wenn ihr so eine Rolling-Release-Distributionen habt, wie Arch zum Beispiel oder Gentoo, dann kriegt ihr relativ schnell auch den neuen Körnel mit den neuen Funktionen und mit neuen Treibern rein. Bei anderen Distributionen gibt es eventuell zusätzliche Körnel, die diese Funktionen und Treiber enthalten. Das kommt immer darauf an, was ihr haben wollt. Bei Debian ist es relativ konservativ. Die halten einen Stand von Körnel und weiteren Paketen und machen bloß Sicherheitsaktualisierung. Und neuere Körnel kommen relativ selten dazu. Da gibt es andere Methoden, dass man neuen Körnel dazu installiert. Aber von daher kommt es darauf an, was für eine Distribution ihr bevorzugt und wie neu diese Unterstützung für eure zukünftige Hardware sein könnte. Daher solltet ihr zu dieser Suche mit der bevorzugten Distribution auch noch eine Versionsnummer angeben, sowas wie Linux Mint 21, also die 21 für die im Moment aktuelle Version, mit dazu packen, damit ihr auch wisst, ob das denn unter eurer Distribution in der bevorzugten Version auch funktioniert. Nachdem ihr jetzt eine Übersicht gemacht habt, schon mal Erfahrungen von anderen Nutzern gesammelt habt, ob die damit zufrieden waren, ob jetzt speziell im Linux-Bereich oder allgemein mit der Qualität des Produkts, könnt ihr nochmal in die Detailsuche gehen. Das müsst ihr vielleicht nicht unbedingt machen. Wenn ihr aber ganz sicher sein wollt oder sehr, sehr, sehr sicher, dass dieses Gerät auch wirklich unter Linux funktioniert, dann könnt ihr nach sogenannten Datenblättern suchen. Dort listen jedenfalls die besseren Hersteller auf, was sie in dem Gerät verbaut haben. Dort stehen die Chipsätze drin, welche Grafikkarte da drin ist, wie der Chipsatz für die Netzwerkkarte ist, für die WLAN-Karte, für den Fingerabdruckleser, für die Webcam, fürs Touchpad, Soundkarte und so weiter. Das sind normalerweise einzelne Komponenten, die der Hersteller von so einem Notebook zum Beispiel zukauft von anderen spezialisierten Herstellern. Und damit kann man dann gucken, ob es dafür schon Linux-Treiber gibt. Wenn ihr das Gerät lange benutzen möchtet, solltet ihr darauf achten, dass es freie Treiber gibt. Also Treiber, die direkt im Linux-Körnel enthalten sind. Oder wenn es sich um 3D-Karten, Grafikkarten handelt, sollte in Mesa 3D, das ist grob gesagt die Treiber-Schnittstelle für 3D-Anwendungen unter Linux, da sollten auch die Treiber drin sein. Ihr könnt natürlich auch, wenn euch das mehr oder weniger egal ist, ob es ein freier Treiber ist, der quasi bis ungefähr in alle Ewigkeit oder solange es irgendjemand halt macht, gepflegt wird, auch auf die proprietären Herstellertreiber setzen. Da würde ich aber immer so ein bisschen vorsichtig sein, ob das Hersteller überhaupt machen. Im Embedded-Bereich ist es so, dass Hersteller eher wenig Interesse haben, solche Produkte langfristig zu unterstützen. Gerade was hier diese kleinen Computer angeht, also mal abgesehen von Raspberry Pi, wo das sehr gut ist, aber es gibt andere, ja, ein Platinen-Computer, wo das nicht so super läuft, wo einmal so ein Treiber entwickelt wird für eine Körnel-Version und dann hat der Hersteller überhaupt kein Interesse mehr, das Produkt überhaupt noch zu unterstützen. Denn verkauft ist verkauft und ja, Support kostet bloß Geld und da sparen viele halt. Und da gibt es bloß so einen binären Treiber, den ihr nie wieder unter einer neuen Version von Linux zum Laufen kriegt. Also das ist immer so eine Sache, ja, müsst ihr wissen, ob ihr das Produkt langfristig betreiben möchtet. Von daher achtet ihr auf freie Treiber. Bei mir ist das so eine Kombination aus, naja, das im äußersten Notfall, aber ich will eigentlich freie Treiber haben, damit ich es möglichst lange verwenden kann. Im Falle von dem Nvidia-Krams, es gibt freie Treiber, die nicht so gut sind, die mir nach Auslaufen von diesem Support-Zeitraum durch Nvidia immerhin noch ein Bild auf dem Monitor zaubern und die vielleicht auch so ein bisschen 3D-Unterstützung haben, die aber nicht so gut sind wie der Hersteller-Treiber, was jetzt CUDA-Unterstützung und Optimierung von 3D-Krams beinhaltet. Da kann ich in dem Fall damit irgendwie leben, weil ich diese speziellen Eigenschaften von der Grafikkarte haben möchte. Ja, relativ lange Rede dazu. Ihr solltet gucken zu diesen einzelnen Komponenten, welche Chips sind da drin und einfach mal bei einer Suchmaschine wiederum eingeben, diese genaue Bezeichnung von diesem Chipsatz. Ja, wie auch immer sowas heißt, GTX irgendwas, keine Ahnung, Netzwerkkarte, Realtek, RTL, irgendwie Dingsbums. Das gebt ihr einfach mal ein und dann guckt ihr auch wiederum mit dem Zusatz Linux und mit dem Zusatz vielleicht eure Wunschdistribution. Und dann bekommt ihr, wenn dieses Gerät, was vielleicht frisch auf dem Markt ist, ob es dennoch unterstützt wird, weil die Chips, die dort drin verbaut sind, doch eigentlich schon bekannt sind. Also quasi altes Produkt in neuem Gewand oder mit ein paar neuen Zugaben, aber der Rest ist halt wohl bekannt, denn ja, so viele Unterschiede gibt es bei einigen grundsätzlichen Dingen dann auch nicht mehr so Soundkarten. Die machen halt Ton und da ist es relativ egal, ob ihr eine von vor fünf Jahren habt oder so. Da kommt halt Ton raus. Kommen wir zum letzten Punkt, zum Kaufen oder beziehungsweise auch zum Nichtkaufen. Solltet ihr herausgefunden haben, dass alle für euch relevanten Recherchen positiv ausgefallen sind, dann könnt ihr ans Bestellen denken. Ich würde mich an dieser Stelle zum letzten Mal fragen, brauche ich das jetzt auch wirklich? Oder ist das irgendwie so, ja, es wäre nett zu haben, aber eigentlich, so wirklich brauche ich es denn doch nicht. Dann würde ich sagen, lasst es einfach. Also es spart euch Geld, wenn ihr es nicht kauft. Das Geld ist im Moment ja bei vielen ein bisschen knapper als vielleicht noch vor einem Jahr. Von daher sollte jeder Kauf sowieso gut überlegt sein. Und es schont auch die Umwelt, wenn ihr es nicht kauft. Also wirklich nochmal genau überlegen, brauche ich das jetzt wirklich? Dann, wie ich schon mal angesprochen hatte, guckt nach einem zuverlässigen Händler, der im Falle von Retouren keine Schwierigkeiten macht, der sich in der Vergangenheit, ja, kulant, nett verhalten hat. Den solltet ihr bevorzugen. Vielleicht mal den einen oder anderen Euro mehr ausgeben dafür. Aber dann habt ihr einfach weniger Stress. Ja, wenn ihr das jetzt habt, dann erst kaufen und natürlich testen. Also nicht erst mal rumliegen lassen, sondern sofort halt angucken. Dann installiert ihr eure Lieblingsdistribution. Testet das durch, was euch wirklich interessiert. Einige Funktionen an einem Gerät interessieren euch vielleicht nicht. Die könnt ihr denn, ja, vielleicht mal ausprobieren. Aber wenn es denn nun nicht unbedingt funktioniert, dann kann euch das auch egal sein. Also für meinen Fall wäre das jetzt so ein integrierter Fingerabdruckleser. Ich habe kein Interesse an irgendwelchen biometrischen Funktionen. Von daher, ob das Ding funktioniert oder nicht, ist mir total egal. Also das ist für mich kein Grund, das zurückzugeben. Wenn das nicht geht, dann geht es halt nicht. Also würde ich sogar als positiv ansehen, dass es halt nicht geht. Ich brauche es nicht, ich will es nicht. Dann, ja, wenn es irgendwo noch hakt, dann überlegt, ob das ein Problem ist, mit dem ihr leben könnt. So wie mein Fingerabdruckleser, wenn er nicht geht, ist mir egal. Müsst ihr aber wissen. Und dann das Ding auch zurücksenden. Ja, das Ganze klingt jetzt erst mal mehr oder weniger komplizierter. Das ist so eine Handlungsanweisung, wie ich es mache, wenn ich irgendwas kaufe. Das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf Laptops. Das können andere Elektronikartikel sein, wo ich vorher genau überprüfe, ob ich das wirklich brauche, ob es das erfüllt, was ich davon erwarte. Und erst dann kaufe ich das. Das könnt ihr natürlich auch so machen. Den Vorteil, den ich darin für mich sehe, ist, ich habe hinterher ein Produkt, was wirklich zu meinen Anforderungen passt oder sehr höchstwahrscheinlich. Da habe ich weniger Frust, wenn ich das auch wirklich teste und einrichte und sonst was, dass ich schon relativ sicher weiß, das ist das, was ich eigentlich wirklich haben will. Und auch die Transportkosten, die sollte man ja auch nicht vernachlässigen. Es wird ja sehr viel über Pakete verschickt und CO2. Und ja, das muss nicht unbedingt sein, finde ich. Also ich versuche, unnötigen Transport, ob das jetzt zu mir schicken oder retour zurück zum Händler ist, einfach zu vermeiden. Das dauert ja auch immer eine gewisse Zeit, bis das, die ist hin und zurück und sonst was. Das will ich vermeiden. Von daher stecke ich lieber meine Zeit erst mal in eine Recherche, bevor ich wirklich was bestelle. Ja, also wenn ihr auch so gestrickt seid, könnt ihr euch das nochmal angucken, was ich euch da so ans Herz gelegt habe und dass ihr dann erst etwas wirklich kauft, wenn ihr es braucht und meint, das ist auch wirklich das, was ihr haben wollt. Und ja, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Viel Spaß beim Nachmachen oder auch beim Nichtmachen. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.